Es ist perfekt zum Nachmachen. Also ist alles gerade nicht so einfach. Ich habe noch kein anderes Buch gefunden, was mich so überzeugt hat wie dieses hier. Kann man drüber schmunzeln, kann man aber auch einfach überblättern. Dieses Buch, dieser Verlag setzt damit Maßstäbe. Ja, hallo liebe Freunde des Campings. Servus, hier sind wieder eure Rudelcamper und ich habe euch was ganz Tolles mitgebracht. Nämlich dieses Buch und dieses Buch sucht wirklich seinesgleichen. Deswegen bleibt jetzt dran. Ja, diesmal ist übrigens der Odin drauf. Das Alpaka, mit dem ich wandern gegangen bin. Und an der Stelle sagt mir doch mal, ob das für euch interessant ist. Meine Frau hat mir nämlich, die Steffi hat mir nämlich geschenkt, einen Ausflug in den Opel Zoo. Ob wir euch da mitnehmen sollen, per Kamera oder nicht. Schreibt es in die Kommentare. Ja, dieses Mal sind wir nicht irgendwo auf einem Händlerplatz, einem Hof und suchen dort ein Wohnmobil oder besichtigen eins. Wir sind uns nämlich auf der einen Seite ein Stückchen näher, was wir wollen. Auf der anderen Seite werfen wir unsere Pläne auch ständig nochmal um. Stichwort 3,5 Tonnen. Ihr wisst es, da gibt es einen Haufen Nachteile, wenn man auflastet. Auf der anderen Seite haben wir nun mal zwei große, schwere Hunde, wollen Hundefutter mitnehmen, wollen Fahrräder mitnehmen und so weiter. Also das wird schwer, die 3,5 Tonnen einzuhalten. Wir sind uns noch nicht ganz schlüssig, deswegen suchen wir noch. Auf der anderen Seite ist es auch recht frustrierend, wenn man eben immer wieder bei einem Händler auf den Hof fährt und sagt, ja die Fahrzeuge, die hier auf dem Hof stehen, sind schon alle verkauft. Und die anderen Fahrzeuge, die ihr bestellen könnt, ja, da können wir euch den Preis nicht nennen, da können wir euch nicht sagen, genau wann die kommen. Also ist alles gerade nicht so einfach. Nichtsdestotrotz haben wir uns schon ein Fahrzeug geliehen, beziehungsweise der Termin steht schon. Wir werden also nochmal testen. Das seht ihr in einem anderen Video. Jetzt geht es mir vor allen Dingen um dieses tolle Buch und überhaupt um Lesetipps. Und dieses Buch kann ich wirklich nur empfehlen mit dem Wohnmobil durch Deutschland. Klingt jetzt erstmal nicht nach einem sensationellen Titel. Ist eher ziemlich nüchtern gehalten, aber ist wirklich sehr empfehlenswert aus dem Kund Verlag. Brandneu ist das Buch, erste Auflage 2022. Und ich muss sagen, ich habe noch kein anderes Buch gefunden, was mich so überzeugt hat wie dieses hier. Und dann nehme ich das Stück, das Fazit schon vorweg. So viel Spoiler sei aber erlaubt. Denn ich habe immer das Problem gehabt bei anderen Büchern, ich habe irgendwann den Überblick verloren. Und es ist mir auch nicht leicht gefallen, immer die dort vorgestellten Campingplätze und Routen und so weiter nachzuverfolgen. Geschweige denn, irgendwann ins Auge zu fassen, die nachzufahren. Und das ist hier genial gelöst. Es gibt 20 Routen in diesem Buch. Es gibt auch noch ein Buch zu Europa, das kenne ich noch nicht. Aber hier gibt es erstmal 20 Routen in Deutschland. Wir haben uns ja vorgenommen, sobald wir ein Wohnmobil haben, auch erstmal in Deutschland zu bleiben. Für vielleicht das erste Jahr, um dort alles auf praktisch sicherem Terrain kennenzulernen. Und damit es nicht ganz so chaotisch vielleicht wird, wenn wir dann ins Ausland fahren. Und jede dieser 20 Routen hat sich ein Thema rausgepickt. Das Ganze ist aufgehängt an Ferienstraßen. Diesen offiziellen, also entlang offizieller Ferienstraßen, heißt es hier auch im Klappentext, glaube ich. Aber beispielsweise heißt es da einmal Dünen und Deiche, dann Spurensuche im Revier, Reise ins Mittelalter. Da ist der Untertitel rund um die Straße der Romantik. Da geht es aber nicht so sehr um die romantische Straße im engeren Sinne, sondern in dem Fall geht es beispielsweise, und an der Route werde ich es jetzt mal exemplarisch erklären, von Hildesheim bis nach Magdeburg sind knapp 930 Kilometer. Man sagt so, man braucht acht bis zehn Tage. Das wird hier auch immer schön dargestellt in einem Kasten. Es gibt noch GPS-Koordinaten dazu. Es gibt Internetlinks dazu. Insgesamt bei dieser beispielhaften Route sind 34 Stops geplant. Und diese 34 Stops sind auch wunderschön bebildert, sodass man sich, wenn man sich ein Highlight für ein Highlight besonders interessiert, eben das auch schon anhand des Bildes rauspicken kann. Es gibt eine Doppelseite zur Einführung, die so ein bisschen in das Thema einstimmt, was ich wunderschön und gelungen finde. Dann gibt es natürlich Stellplätze und Campingplätze mit Koordinaten natürlich und auch wieder Ausflugsstile. Bei dem Beispiel jetzt zum Beispiel als das Küffhäuser-Denkmal. Wer Fahrrad fährt, kennt das vielleicht. Da geht es steil bergauf. War schon bei der Deutschlandtour eine Etappe. Da ging es auch schon über diesen Hügelberg, kann man ja glaube ich in Deutschland nicht sagen. Und solche Sachen werden dort nochmal rausgepickt, finde ich auch sehr schön. Und am Ende, und jetzt kommt das ganz tolle, am Ende kommt so eine Art Autokarte, wo alle Stationen drauf eingetragen sind, sodass man das Ganze nochmal sehr gut nachvollziehen kann. Das ist perfekt zum Nachmachen. Das ist perfekt, wenn man auch nur einen Teil der Route fahren will. Jede der 20 Routen wird dann wieder unterbrochen durch so eine Doppelseite. Hier wird das vollmundig versprochen als Camper-Hack. Naja, das lockert das Buch nochmal auf. Ich finde, die Hacks dort sind jetzt nicht so sensationell. Beispielsweise auf der einen Doppelseite geht es um, was ist, wenn der Hund mit an Bord ist. Für uns ja ein wichtiges Thema. Und da werden so Banalitäten empfohlen wie, man muss den Hund sichern, ja, also entweder mit Pustgeschirr und am Gurt irgendwie oder in der Heckgarage. Man soll den Futternapf, Wassernapf und das Futter natürlich nicht vergessen. Wenn es nach nassen Hund im Auto riechen könnte, dann ist doch das bessere Mittel ein Regenmantel. Und er sollte natürlich auch gut erzogen sein, um nicht beim Nachbarn die Grillwürstchen vom Grill zu mopsen. Ja, kann man drüber schwunzeln, kann man aber auch einfach überblättern, finde ich jetzt nicht so schlimm und mache das Buch jetzt nicht unnötig schwer oder wäre jetzt kein Grund, warum ich nicht dazu greifen sollte. Denn wirklich, wie gesagt, der Überblick ist hier der absolute Hammer. Es gibt am Ende eine Autokarte nochmal mit, auf mehreren Seiten, einen Atlas praktisch mit Autokarten, mit dem entsprechenden Register dazu und natürlich ein Register zu dem Buch. Das Buch hat einen schönen Umschlag hier, so laminiert. Es ist nicht so dieser klassische Papierschutzumschlag. Also ich denke, ich kann auch mal dreckig werden. Das kann auch hier wirklich im Wohnmobil gut mitreißen und sieht danach auch nach vielen Benutzungen noch, glaube ich, relativ gut aus. Wie schwer das ist, blende ich euch jetzt ein, weil das habe ich noch nicht gewogen, aber ist vielleicht auch für Wohnmobilisten ja nicht ganz uninteressant, denn ganz leichten Eindruck macht es nicht. Ist sehr hochwertig, schön bebildert. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, die kürzeste Route ist nur 175 Kilometer lang, die längste 1140. Das haben wir einmal die fränkische Boxbeutelstraße, die kürzeste. Die kann man so an drei Tagen durchjacken und die ganz lange, das ist die deutsche Alleenstraße, entlang der deutschen Alleenstraße. Also wer viel auf Bäume steht und Wälder, der ist da gut aufkommen. Da muss man aber mindestens 14 Tage mitbringen. Aber so im Mittel geht es immer um eine Woche oder acht bis zehn Tage, was ich auch sehr gelungen finde, denn das ist, glaube ich, so eine klassische Zeit, die jemand verbringt, wenn er unterwegs ist. Und wie gesagt, wir werden das jetzt auch machen, denke ich. Und vielleicht auch nur ein Teil so einer Route. Und ich finde dieses Buch also wirklich sensationell. Da können sich andere was abschauen. Ich habe mir schon Bücher angeguckt, die heißen Yes We Camp oder sowas in der Art. und da bin ich überhaupt nicht klar mitkommen. Dieses Buch, dieser Verlag setzt damit Maßstäbe. Das sage ich ganz neutral, weil ich wirklich dieses Buch ganz toll finde. Und das ist also wirklich eine ganz klassische Rezension von mir. Nicht zu verwechseln mit Rezession. Was ich an der Stelle auch noch kurz erwähnen wollte, ist das hier. Wir haben uns natürlich noch weiter belesen. Promobil, Reisemobil International. Und dann haben wir von der Autobild Reisemobil. Und ich muss sagen, da sticht ganz klar die Promobil heraus. Einfach von der Aufmachung her, vom Inhalt her, von der Mischung der Themen auch. Auch das Papier ist ehrlich gesagt besser. Aber das sind schon Kleinigkeiten. Ein Preis, Moment, 4,70, 4,90 und 4,70. Also die Reisemobil International ist 20 Cent teurer. Darauf kommt es jetzt nicht an. Prinzipiell muss ich sagen. Also wenn, schaut euch am ehesten die Promobil an. Kennt man ja auch durch Auftritte bei YouTube. Also aus meiner Perspektive ist das die beste. Meine persönliche Einschätzung. Nichtsdestotrotz frage ich mich halt immer, ja, wenn ich jetzt erstmal ein Fahrzeug habe, es gibt immer so einen großen Fahrzeugtest hier drinne zum Beispiel. Wenn ich das Fahrzeug gewählt habe, ja, interessiert mich das dann noch? Ich bin auch kein Fan von Autozeit und brauche ich sowas dann noch? Ja, Stellplätze werden empfohlen und so weiter. Aber da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Ja, ich bin noch unschlüssig, ob wir hier dauerhaften Abo abschließen bei einem dieser Zeitschriften. Es gibt noch andere oder nicht. Könnt ihr auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich wirklich interessieren, wie ihr dazu steht. Ob ihr eure Informationen alle aus dem Internet holt, alle von YouTube nur. Oder ob ihr auch noch zu solchen Mitteln greift. Und das nächste Mal gibt es wahrscheinlich von uns wieder eine Vorstellung eines Wohnmobils, was vielleicht schon ganz nah an unserem Perfekten ist. Oder, da warten wir schon sehnsüchtig drauf, wir werden ein weiteres Fahrzeug testen, sind wieder ein langes Wochenende unterwegs. Und diesmal wird es ein Fahrzeug sein, ein Bürstner mit Face-to-Face-Grundriss, den wir ja bevorzugen und einem Queen-Spit. Da bin ich mal gespannt, denn ich bin ja recht lang und ob ich da wirklich gut reinpasse und da gute Nächte verbringen werde oder es noch verfluchen werdet. In diesem Sinne, wenn ihr noch nicht habt, abonnieren, dann kriegt ihr das auch mit. Und wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall den Daumen drücken. Und wenn ihr sofort informiert werden wollt, dann natürlich auch noch die Glocke drücken. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, eure Rudelcamper. Die macht schon Spaß, die Tasse. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020